Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vor Ort und heute gibt es die Highlights des Duo Test Events von Montag. So viele Punkte wie in einem Cup hatten wir tatsächlich noch nie vorher erreicht, was allerdings auch nicht schwierig war, weil man einfach die vierfachen Punkte im Vergleich zu einem normalen Cup bekommen hat. Man hatte insgesamt 41 Plays in Punkte, wo man ja normalerweise nur maximal 10 bekommen kann und man hatte auch vier Punkte pro Kill, das heißt dort auch nochmal deutlich mehr. Allerdings waren es trotzdem richtig nice Runden und wir hätten auch ohne diese vervierfachten Punkte 50 Punkte. Am Ende gehabt, also was auch trotzdem noch vollkommen in Ordnung ist. Ich hoffe euch gefallen natürlich die Highlights, wenn es so sein sollte und in Zukunft wieder keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da, haust es mir wertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort möchte ich auch diesen Monat am besten mal die drei durchschnittlichen Zuschauer erreichen. Ich denke mal, das sollte machbar sein, lasst sonst einfach den Stream immer ein bisschen nebenbei laufen, würde mich auch extrem einfach freuen und würde mich extrem supporten. Dann schreibt mir allerdings auch gerne Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren, was ich noch besser an meinen Videos machen sollte, denn in den letzten Tagen kamen relativ wenig neue Abonnenten dazu und es haben relativ viele wieder deabonniert. Ich weiß ehrlich gesagt immer nicht genau, woran das liegt, hatte ich heute Morgen auch schon mal im Job-Video erwähnt. Würde mich mal interessieren, was ich vielleicht noch verbessern kann, was vielleicht in den letzten Tagen nicht so extrem gut wie in den Videos davor war. Würde mich extrem interessieren. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Highlights. Denen, oder? Drei, zwei, eins, gut. Oh, mein shit. Der ist weggejumped, der eine. 36ern auf den einen. Lass den nicht laufen, oder? Ja. Aber ihn! Ja! Let's go, Alter. Schöner Headshot. Hier pushen wir euch hoch. No way! What? Wie kassiert der mich? Oh mein Gott, Digga. On the way. Digga, wie viele einfach hier sind. Let's go. Oh, der. Ich hielt was einfach. Was mit meinem Rocket Launcher-Schutz passiert? Oh, der war so sehr gewollt, ne? Ja. Ich hatte es ja auch direkt gesehen. Wäre ja dumm gewesen, da mit der Heavy-Sniper zuerst zu schießen. Er baut sich. Ah, Digga. Oh mein Gott. Top 11. Junge, es ist unlucky, ne? Versucht zu picken. Hab ihn. Nice, Alter. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Ramp von hoch. T-Crack. Absolut one shot. Runde, ich geh da raus. Soll ich finishen? Ja, finish, finish. Ah, nee, nee. Ah, egal. Ich hab's verkackt. War ein Failcall von mir. Wollen wir auf den hier unten rauf? Ja. Upwall. So mehrere. Hat ein 63 Geld. Job on white. Warte. Hab ihn. Hab ihn. Deine ist bei mir. Hab ihn. Stark. Oh, Vorsicht. Ja, da auf dem Main-Building oben. Hat zwei 30er, 60 white. Soll ich jump head'n? Ich hab zwei Jumpheads. Jumphead. Komm. Äh, warte. Soll ich alleine? Warte, ne. Wir können das so schaffen. Up ihn. Ah, zu spät. Nice. Stark gemacht. Nee, hab ich nicht. Hat ein 18er. 30er. Der andere rampt hoch. Hat ein 20er on me. Wo ist der denn? 90er. Shooter crack on me. 108er. Zwei AP. Okay. Da hinten hab ich einem 88 Damage gegeben. Digga, die haben übel geschehen. Oh, 200er. Stark. Wem? Wem? Dem schwarzen Skin? Dem schwarzen Skin. Scheiße. Digga, er ist in meine Fresse gejobbt. Ich geb ihm 200er. Wär so wichtig, wenn... ... ... ... ... ... Er hat mir einen Schaden gemacht. Digga, hallo! Warte. Ey, nicht zu aggressiv. Da hinten. Ey, white, white. 26 white. Ja, ist gut. Shit. Unter uns ist noch der eine, ne? Da oben gibt's jemand. Er ist alleine, oder? Ja. Muss sein. 90 minus. Da ist nicht white. What? Oh mein Gott, er hat mir so gut Damage gedrückt. Ich geh im Busch. Hinter dir. Oh, on the way. Nice. Stark. Nur noch einer. Komm. Bau. Du hast Mets, ne? Nicht viel, aber du hast Mets. Er checkt dich nicht. Schade. Geh'n so. Kannst du doch atmen. Hast keine Mets mehr? Nein, what? Fuck. Glaub schon. Ding, Moni. Digga. Digga, ich dachte, hier wäre noch einer, weil mein Bot geteilt hat. Oh man, Digga. Ah, ist noch ein anderer. Ich hab' kein Netz. Ich hab' keinen Schock. Der ist doch drunter. Ich hab' keinen Netz. Ich hab' keinen Schock. Der ist doch drunter. Ich hab' keinen Schock. Oh, Digga. Der hat nicht getroffen. Ah ja, es ist so kacke, Mann. Ein 31er. Ja. Und Shield. Hat'n Ding. Immer noch. Also, der hat 200 HP gehabt. Oh. Hat'n Norman's shielded. Ey, er ist so kacke, Mann. Da. Hier. Bei mir. Oh, ganz stark. Ähm. Ne, die sind tatsächlich. Der eine ist slow. Oh, der andere kämmt obendrauf, Alter. Kleine. Hat 50 nochmal. Er ist bei mir. Gibt's Damage insgesamt. Shield Crack. No way. Ich hatte keine Mets mehr. Schon wieder. Cool. Ich bekomm' die Yield. Hä? Sind die on me. Deine hat schon Attack. Was, Digga? Oh mein Gott, Alter. Ich hab' gar keine Reloads für meine SMB. 16er Shield Crack. Low. Double 20er. Dead, 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 dead. Nice. Kommt der andere bei mir. Shield. No way. Der Nix kommt. Ah, schade. White. Anderer Blue. Dead. 102er. Shield Crack. White. Absolute White. Evil Low. Ab den. Ab den anderen auch noch. Lul. Der kam rein. Ich wollte ihn eigentlich finishen, aber ich hab' den anderen getroffen. Also ich hab' dann beide getroffen. Wir kommen hier. Wir können hier zu bauen, oder? Ah, ich bin im Tresor gefangen. Wenn ich rausgehe, bin ich dead. Oh mein Gott, ich geb' ihm zwei 22er. Uh. Let's go. Oh mein Gott, wie nice. Das ist gut, Mads. Ich dachte eigentlich nicht, dass die mir hinterher kommen, aber... das ist ein Full-Tuttle. Nein! 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 Davem! Wir